Guten Tag alle Besucher der Webseite SZZ DDR. Heute mal ein bisschen anders. Das ist eine Fähre, weiter nichts. Wo ich hier immer am Strand spazieren gehe, in der Nähe von Essberg. Ich wollte erst mal Danke sagen für die 1486 Klicks im Monat Februar und es hat mich gefreut und viel Spaß weiter beim Stöbern bei meinen Akten und vielleicht lädt dich mir auch der eine oder andere mal ein zum Seminar, dass ich mal über die alte DDR sprechen kann und über meine Flucht über die Heime. Es gibt da viel zu berichten. Würde mich freuen. Ich danke euch. Bis bald. Ciao, euer Günther.